Ich liebe frisch gewaschene Wäsche. Die neue Waschmaschine ist voll toll. Hm, wo ist die zweite Socke? Ich weiß ganz genau, ich habe zwei Socken in die Waschmaschine gepackt. Immer verschwindet eine. Das wird Mono gar nicht gefallen. Hallo Spot, sind meine neuen Socken schon da oben? Oh je, hallo Mono. Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Das mit den Socken ist so ein Problem. Was? Schon wieder eine weg? Was machst du immer die ganze Zeit? Mono, was machst du denn? Was stimmt ja nicht bei dir. Ach so, verstehe. Was ist denn das schon wieder für ein Theater hier? Da fehlt schon wieder eine Socke. Ah, da ist bestimmt wieder eine Schraube locker. Wir hätten die Waschmaschine auf dem Sperrm gelassen sollen. Da steht ja draußen so rum. Los, komm rein und hilf mir. Na klar, okay. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier mache. Ich mach den Spot immer, dass die Socken verschwinden. Also ich drehe vier nach links, zwei nach rechts, drücke den Knopf und mach die Tür zu. Warte, Spot, Spot! Jungs? Warum ist denn das hier so dunkel? Ich glaub, Spot hat das Licht ausgemacht. Ich glaube, sie sind gar nicht mehr zu Hause. Ach, ich geh mal nachgucken. Ja. Hm, siehst du was? Da steht JVA-Wäscherei. Wir kriegen auch deine Wäsche rein. Vielleicht haben die deine Wäsche. Ich glaub, ich hab was. Hm, das muss jetzt die Wäscherei sein. Dann muss sie jetzt nur noch die Tür finden. Und dann bin ich auch schon... Hallo, hallo! Ah, heute sprechst du das Monster! Sprechst du das Monster? Puh! Mono, was ist los? Hier gibt's Monster! Na, Jack? Hast du dich verlaufen oder wolltest du wieder abholen? Da, 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 ein Monster! Aber natürlich, Jack, ein Monster. Komm, ich bring dich zurück in deine Zelle und dann sind wir alle wieder sicher. Aber wie sah es denn aus, dein Monster? Du drückst ein grüner, wiederwärtiger Gnoll mit einem unheimlichen Auge. Der meint ja mich! Dem will ich's geben! Wer ist hier widerwärtig? Oh, die Tür! Die Tür! Oh, oh! Ich weiß nicht, wo dieser Fehler liegt. Ich hab alles so gemacht wie in den Aufzeichnungen. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Mir egal. Ich geh da jedenfalls nicht raus. Dann bleib halt hier. Komm, Lenny! Vielleicht finden wir die Socke ja hier. Ah ja, ich guck mal da oben. Oh, Bäuchchen! Ups! Was ist denn das? Was machst du denn da oben? Gar nichts! Komm, wir gehen weiter. Hier ist nichts. Äh, Moment! Fällt bestimmt nicht auf. Was, du das mit dem Wasser? Ich weiß von nichts. Los! Streit ein! Oh, was ist denn hier passiert? Moment mal. Die Formel passt ja. Und los geht's! Alle sind wieder nach. Die Socke, die haben die Faust. Und ich bin Drago, die Drache. Habt ihr gesehen? Die haben meine Socke. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Die hole ich mir jetzt wieder. Nein, nein! Ich bin jetzt nach Hause. Ja, und ich bin jetzt hier auf dem Faust. Bäh! Ui! Ui! Na gut, dann kaufe ich mir halt ein neues Paar. Na dann ab nach Hause. Okay. Oh, hey Jungs! Da seid ihr ja wieder! Oh, äh, Mono? Was denn? Ah, äh, nichts. Guck, guck.